Der Wohlstandsbildner Podcast. Die Plattform für finanzielle Bildung und ein reiches Leben, in dem es um mehr Geld geht und noch so viel mehr. In den nächsten rund 30 Minuten will ich euch drei recht unterschiedliche Themen vorstellen. Da geht es zuerst um die Sorge vieler, dass unser Staat wie nach dem zweiten Weltkrieg übergriffig werden könnte angesichts leerer Haushaltskassen. Warum also nicht mal wieder enteignen? Dann will ich eine meiner Morgenroutinen vorstellen, die nicht nur große Gesundheitswirkungen zeitigt, sondern bewusst einbezieht, wovor wir uns sonst gerne drücken. Und am Ende lohnt der erneute Blick auf ein aktuelles Investment, auf eine Perle natürlich und warum diese Perle so glänzt, dass sie jedes Portfolio veredelt. Drohen wieder Enteignungen. Ein Gespenst namens LAG spukt durch viele Köpfe. Durch Foren und Medien kursiert in letzter Zeit immer öfter der Begriff Lastenausgleichsgesetz, kurz LAG. Und das mit einem Unterton der verschwörungsinvestigativen Kitzel vermuten lässt und, naja, vielleicht auch echte Besorgnis um den eigenen Besitz. Um gleich zu spoilern, ohne die Spannungen aus diesem Kapitel zu nehmen, es drohen kein erneutes Lastenausgleichsgesetz oder Enteignungen in diesem Sinne. Ist doch auch gar nicht nötig, wenn es viel eleganter, weil weniger drastisch geht. Werfen wir aber erst einmal einen Blick 70 Jahre zurück in die Vergangenheit. Das Lastenausgleichsgesetz, das ist ja ein echtes Stück deutscher Nachkriegsgeschichte. Es sollte ursprünglich die finanziellen Lasten, die durch den Zweiten Weltkrieg entstanden sind, zwischen den Bürgern gerecht verteilen. 1952 wurde es deshalb eingeführt. Kernpunkt der ganzen Geschichte war eine Vermögensabgabe, eine Abgabe berechnet auf das Vermögen von natürlichen und juristischen Personen zum Stichtag 21. Juni 1948. In Summe waren das dann oft rund 50% des Vermögens und diese Hälfte des Vermögens war, wie großzügig, in Raten über 30 Jahre abzubezahlen. Davon betroffen waren vor allem Immobilienbesitzer, Sparer und Unternehmer. Dieses eingezogene Geld wanderte in einen Ausgleichsfonds. Dieser Fonds hatte dann Entschädigungen an diejenigen gezahlt, die kriegsbedingt materielle Verluste erlitten hatten, mit der Idee, so eine solidarische Lösung für Verluste zu finden und so auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wiederaufbau zu leisten. Wie solidarisch das dann wirklich war, das ist fraglich. Damals haben sich einige beklagt, dass die Verteilung der Lasten so nicht gerecht war, da beispielsweise Immobilienbesitzer stärker belastet wurden als andere Vermögensgruppen. Ja, und womöglich wurde auch vielen Menschen Geld abgenommen, das sie später wiederbekommen haben, wenn sie wie die meisten Verluste nachweisen konnten. Und ich schätze mal, dieser Anteil der Bevölkerung fand diese rechte Tasche-Linke-Tasche-Maßnahme nicht so sinnvoll, denn die Entschädigungen haben selten das aufgewogen, was den Leuten abgenommen wurde. Ja, und nicht zuletzt ist ja auch viel enteignetes Geld für das LAG selbst draufgegangen, nämlich für den Verwaltungsaufwand. Das ändert ja auch an unseren Staat heute. Der hat mit all seinen Abgabenteils so hohe Verwaltungskosten, dass ein empfindlich großer Teil allen eingezogenen Geldes aufgefressen wird. Wir als Abgaben und Steuerzahler aber dafür gesorgt haben, dass ein paar tausend Beamte einen warmen Ofen und eine gesicherte Pension genießen dürfen. Für die schließlich sind Abgaben aller Art ganz famose Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Was ist aber der Stand heute mit dem Lastenausgleichsgesetz? In seiner ursprünglichen Form ist es auf jeden Fall längst nicht mehr aktiv. Die Abgaben und Zahlungen im Rahmen dieses Gesetzes sind seit den 80er Jahren abgeschlossen. Das bedeutet, dass für heutige Immobilienbesitzer oder andere Privatbürger in Deutschland mit Vermögen keine direkten Gefahren oder Pflichten aus diesem Lastenausgleichsgesetz erwachsen. Die Befürchtung ist jetzt aber, ob sich nicht über jeden von uns womöglich die Gefahr eines neuen, nur verkappten Lastenausgleichsgesetzes zusammenbraut. Meine Meinung dazu, und das ist zuerst die gute Nachricht, ein Lastenausgleichsgesetz der 50er Jahre droht uns derzeit nicht. Schließlich sind wir schon im Wahlkampf und wenn Rot-Grün irgendeine Chance haben will, dann können sie so eine offensichtliche Belastung neben all ihren anderen nicht bringen. Die schlechte Nachricht ist, wir haben doch längst Lastenausgleichsgesetze aller Art eingeführt bekommen, die einfach nur anders heißen. Die Grundsteuerreform, die Grunderwerbsteuer, die von vielen Bundesländern erhöht wurde, dieser juristische Krüppel des Heizungsgesetzes oder überhaupt alle gesetzlichen Vorgaben zur Energieeffizienz von Gebäuden und zur Nutzung erneuerbaren Energien. Da sage ich nur, bleibt tapfer, liebe Immobilienbesitzer, aber bleibt auch liebe Mieter tapfer, wenn die Besitzer alles, was möglich ist, auf euch abwälzen. Und dann haben wir noch die CO2-Ergabe aus dem Brennstoff- Emissionshandelsgesetz, die jeden von uns trifft und auch mit der Zeit immer mehr belasten wird. Ja und was ist mit der Digitalsteuer, wie sie auf EU-Ebene beschlossen wurde oder die Plastiksteuer, die seit 2021 erhoben wird und dann die Nutzung bestimmter Infrastruktur wie LKW-Mautgebühren oder diverse Tourismusabgaben und Kulturförderabgaben in vielen Kommunen. Und möge mir niemand sagen, das wären Abgaben, die ja vor allem Unternehmen treffen würden. Ja von wem holen sich die Unternehmen denn das Geld wieder? Immer von ihren Kunden. Und das sind an der letzten Stelle der Wertschöpfungskette immer die Privatkonsumenten. Also jeder einzelne von uns. Deshalb sind Unternehmenssteuern auch nichts anderes als indirekte Bürgersteuer. Und daher ist auch der Rest des Solis für mich eine Bürgersteuer, die nach 2021 Unternehmen und die Vermögen darin zahlen müssen. Der Solidaritätszuschlag war ja immer schon ein Lastenausgleich. Einst von Westen nach Ost im Land und später dann, naja, für was auch immer. Also Fazit. Das LRG ist tot, hat aber meiner Meinung nach viele Kinder und Kindeskinder in die Welt gesetzt. Wir sind gut beraten, die politische Landschaft im Auge zu behalten. Denn das Gespenst mit dem Namen Lastenausgleichsgesetz spukt vielleicht munterer denn je umher. Nur unter vielen Namen, die in den Finanz- und Sozialämtern erfunden werden. Kontraste begrüßen und umarmen. Das Saturn-Prinzip. In der Astrologie ist der Planet Saturn für mich der deutscheste aller Planeten. Denn das Saturn-Prinzip steht für Struktur, Verantwortung und Disziplin. Es symbolisiert Ordnung und Ernsthaftigkeit. Und es favorisiert die Konfrontation mit den Realitäten des Lebens. Also sowas wie Pflichtbewusstsein und Herausforderungen mit Ausdauer und Geduld meistern. Der Saturn ist deshalb der Lehrer, der uns die harten Lektionen des Lebens beibringen soll. Es gibt allerdings die Möglichkeit, diesen harten Lektionen so zu entgehen, dass sie einem gar nicht beigebracht werden müssen. Und wie geht das? Na, indem man das Saturn-Prinzip der Gegensätze freiwillig ins Leben zieht. Womit wir wieder beim Thema Kontrastreichtum sind. Dass mir mit jedem Jahr, dass ich älter werde, besser gefällt und ich auch jenseits eines Portfolios nach Möglichkeiten suche, dieses Thema, diese Kontraste ins Leben, in den Alltag zu integrieren. Ich möchte als Beispiel meine Morgenroutine anführen. Vielleicht als Inspiration und Werbung für den einen oder anderen oder die eine oder die andere unter meinen Podcast hören. Und diese Routine, die geht so. Morgens aufstehen und als erstes ein bisschen Kokosöl im Mund durch die Zähne ziehen. Diese alte ayurvedische Tradition ist ja leider nie so richtig erforscht worden. Und daher muss man selbst empirisch quasi den Nutzen erfahren, wie verbesserte Mundhygiene mit festerem gesunden Zahnfleisch, Aufhellung der Zähne, Reduktion von Mundgeruch, Ausleitung von Toxinen über den Speichel. Und deswegen auch ausspucken in den Mülleimer und dann gründlich Zähne putzen und einen halben Liter Wasser trinken. Und jetzt eine halbe Stunde aufs Ergometer. Ich habe mir vor Jahren ein ganz einfaches gekauft, weil ich wetterunabhängig eine Möglichkeit haben wollte, dauerhaft eine bestimmte Pulsfrequenz anzusteuern. Weil das ist wichtig in diesem Zusammenhang. Mit Joggen geht es vielleicht auch noch, aber das machen dann irgendwann die Knochen nicht mehr mit. Also stur radeln, ich höre dabei immer Podcasts und Briefings zum aktuellen Geschehen auf der Welt und dabei unbedingt im sogenannten Schwellenbereich des Pulses bleiben. Und das ist bei den meisten ein Puls zwischen 120 und 140. Aber das testet man am besten bei einer Leistungsdiagnostik mit einem Laktattest und dann weiß man das genau. Eine einfache Einrichtung zur Pulsmessung auf dem Ergometer halte ich jedenfalls für unverzichtbar, um eben genau diesen Schwellenbereich ansteuern zu können. Wer nun morgens nach dem Aufstehen im Schwellenbereich seines Pulses den Kreislauf für wenigstens 30 Minuten ankurbelt, der macht sich folgenden Effekt zunutze. Nüchtern, also nach der rund zehnstündigen Fastenzeit der Nacht und des Abends, entleeren sich die Glykogenspeicher viel schneller als tagsüber, wenn man schon etwas gegessen hat. Das heißt, sind keine Kohlenhydrate zur Energiegewinnung mehr verfügbar, kommt man sofort in den Bereichen, in denen der Körper über die Optimierung des Fettstoffwechsels Energie lernt zu produzieren. Die Spitzenathleten aus Norwegen etwa trainieren überwiegend fettstoffwechsellastig, wie man sagt. Und naja, man weiß, die sind mittlerweile nicht nur führend in Wintersportarten, sondern gehören auch im Triathlon und im Marathon zu den Besten. Aber auch ohne Leistungsanspruch ist diese niederschwellige, ja und völlig entspannte Art zu trainieren, ein echt konzentrierter Gesundheitsbringer. Da geht es dann, wenn ich mal aufzählen darf, um Energieeffizienz, verbesserte Ausdauerleistung, Stabilisierung der Energieversorgung, Schutz vor Muskelappau, Herzgesundheit, wie etwa die Cholesterinsenkung, verbesserte Auswertung der Nahrung, Anpassung an verschiedene Ernährungszustände bis hin zu kognitiven Vorteilen. Naja, und wer abnehmen will, ist mit dieser halben Stunde natürlich auch allerbestens versorgt. Wie überall gilt es auch hier ein Momentum aufzubauen, nur über mehrere Wochen und dann schmilzt das Bauchfett weg, wie das Wachs an der Kerzenflamme. Wenn gleich das jetzt nicht das Thema meines Lebens ist, denn alle Orgas waren schon immer irgendwie Spargelstangen, also bin ich auch eine, aber wenigstens eine der am besten Trainierten. Ja und dann nach der Treterei dürfte jeder so richtig schön nass geschwitzt sein, was ja an sich schon ein gesunder Vorgang ist, also duschen. Aber Achtung, nur kalt duschen. In Summe etwa drei Minuten, kann auch kürzer sein, auf keinen Fall länger. Kein Mensch muss sich teure Hypothermie-Anwendungen in überdimensionierten Gefrierschränken leisten. Der Kälte reißt der Dusche recht völlig aus und bringt wiederum viele schöne Dinge mit sich. Aktivierung des Parasympathikus, unser Meister für Entspannung und Regeneration. Wieder gesteigerte Verbrennung des sogenannten braunen Fettes, das niemand im Körper haben will. Natürliche Stärkung der Durchblutung des Immunsystems und auch Stärkung von Haut und Haaren. Verbesserte Schlafqualität, Erhöhung der Schmerztoleranz. Und sollten sich im Körper Entzündungsherde ausbreiten wollen, dann werden auch die angegangen. Mit diesem Kontrast des kalten Wassers. Danach nochmal einen halben Liter Wasser trinken oder Tee, zusammen mit einem Teelöffel hochreiner D-Galaktose. Das ist ein einfacher Zucker, der zur Gruppe der Monosaccharide gehört, ähnlich wie Glucose. Galaktose aber lässt den Blutzuckerspiegel nicht nach oben springen, sondern muss erst in der Leber verstoffwechselt werden, um dann mehr oder weniger direkt zum wichtigsten Organ unseres Körpers geführt zu werden. Zum Gehirn. Denn nach dem nüchternen Training mit der vollständigen Entleerung der Glykogenspeicher hat unser Gehirn mächtig Hunger auf schnell verfügbare Energie, auf Zucker. Und da halten führende Ernährungsexperten Galaktose für ideal. Auch hier will ich ein paar gute Gründe liefern, die in diesen Monaten und Jahren übrigens genau erforscht werden. Galaktose ist gerade so ein großes Ding in der Biochemie. Da ist zuallererst die eminent wichtige Energieversorgung, klar. Weil Galaktose ist die Energiequelle für das Gehirn schlechthin, was besonders bei hoher geistiger Beanspruchung wichtig ist. Dann gibt es Hinweise darauf, dass Galaktose neuroprotektive Eigenschaften haben könnte. In einigen Studien wurde gezeigt, dass sie helfen kann, Nervenzellen vor Schäden durch bestimmte toxische Substanzen zu schützen. Und da vermutet man auch einen Schutz in Sachen Demenz. Da verwundert es dann nicht, dass vieles auch darauf hindeutet, dass eine ausreichende Versorgung mit Galaktose die kognitiven Funktionen unterstützt, also die Gedächtnisfunktionen befeuert. Dann ist Galaktose an der Bildung von wichtigen Molekülen beteiligt, die als Neurotransmitter dienen. Diese Botenstoffe sind entscheidend für die Signalübertragung in Nervenzellen. Und naja, das Gehirn besteht nun mal vor allem daraus aus Nervenzellen. Für mich ist Galaktose deshalb so etwas wie die Mischung aus Sprit und Schmieröl, um unsere Denkfabrik auf den Schultern in Gang zu halten. Und deshalb auch wichtig für Schwangere, bei Neugeborenen spielt Galaktose eine wichtige Rolle als Bestandteil von Gangliosiden, das sind komplexe Fettmoleküle, und von besonderen Glykoproteinen, die für das Wachstum und für die Reifung von Nervenzellen so überragend wichtig und entscheidend sind. Das Schöne dabei und damit zurück zur morgendlichen Routine im nüchternen Zustand. Dieses ganze Prozedere fördert auch etwas, dass die Forschung immer mehr mit Jugendlichkeit, mit Gesundheit und mit Langlebigkeit in Verbindung umbringt, nämlich die körpereigene Makrophagie. Makro heißt groß und Phagie steht für Essen. Es handelt sich bei Makrophagen um große, weise Blutkörperchen, die Fremdkörper, Mikroorganismen und beschädigte Zellen oder entartete Zellen auffressen. Und durch dieses jetzt erwähnte niederschwellige Training und das Hinauszögern einer Mahlzeit wird der Tatendrang dieser tapferen Racker und Ritter in unserem Blut nochmals erheblich intensiviert. Also, nach dem Ergometer und dem Gehirnenergiegetränk mache ich dann normalerweise noch 15 Minuten Kraft, Balance und Koordinationsübungen, wie Sie ja auch Teilnehmer meines Finanzseminars schon kennengelernt haben und anhand einiger weniger aber eindrücklicher Beispiele. Aber diese Übungen sind meine persönliche Essenz der letzten 30 Jahre. Wer zweimal die Woche ins Fitnessstudio geht, ist auch schon gut bedient. Hauptsache der Aufbau und Erhalt von Muskelkraft wird neben dem Cardio-Training gepflegt. Hier jetzt, in diesem Artikel geht es mir vor allem um dieses Longevity-Training mit Grundlagenpuls. Diese ersten 45 Minuten am Tag klingen jetzt mühsamer als sie sind. Sie enthalten aber kernige Kontraste. Saturn-Prinzipien, die dem Leben so förderlich sind. Die Ruhe danach geht über in eine Herz-Kreislauf-Belastung. Nach dem warmen Bett erfrischt die kalte Dusche. Der Fettstoffwechsel wird angekurbelt, um später mit der ersten Mahlzeit vom Zuckerstoffwechsel abgelöst zu werden. Und etliche andere Kontraste dazu. Und deshalb frage ich Euch, warum sollte Saturn zuschlagen müssen, wenn man ihm derart elegant entgegenkommt und ihn umarmt? Muss er nicht. Denn er bekommt seinen Platz im Leben, genauso wie in einem ausgewogenen, lebendigen Portfolio. Logistik UK. Die Investmentperle in einem unterschätzten Land. Wenn ich ein Politiker wäre und ich müsste ein Loblied auf Logistik singen, dann würde dieses Lied so klingen. Logistik ist die Lebensart der moderner Volkswirtschaften und bildet das Fundament unseres Wohlstands. Vom lokalen Pizzaboot bis zum globalen Giganten wie Amazon. Alle unsere täglichen Bequemlichkeiten basieren auf effizienter Logistik. Je leichter wir es im Leben haben, desto schwerer arbeiten Logistikunternehmen. Die Bedeutung dieser Branche wurde besonders deutlich, als die Blockade des Suezkanals zusammen mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie weltweite Lieferketten an ihre Grenzen brachten. Diese Ereignisse unterstreichen, dass logistische Infrastruktur für unsere Wirtschaft und Gesellschaft unverzichtbar ist. So. Und das klingt jetzt nicht nur wie Politiker sprecht, sondern ist obendrein absolut richtig. Wie gut, dass wir Wohlstandsbilder noch ein paar Wochen eine Investitionsmöglichkeit nützen können mit dem Multi-Asset-Club-Deal in Großbritannien. Über den habe ich ja schon im Podcast 94 berichtet. Link zu dieser Nummer stelle ich aber nochmals in die heutige Podcast-Beschreibung. Warum Multi-Asset? Weil ein Club-Deal normalerweise in ein einziges, meist größeres Projekt investiert, also in ein Single-Asset. Aber das Besondere an dem aktuellen Club-Deal ist ja, dass man den Aspekt Streuung gratis mitgeliefert bekommt und das fast zu den Renditekonditionen eines Single-Asset-Club-Deals mit einer ebenso überschaubaren Laufzeit. Kommen wir später noch drauf. Zu unserer Multi-Asset-Gelegenheit nun ein paar Ergänzungen. Einfach um zu unterstreichen, was wir hier für eine Kostbarkeit vor uns liegen haben, die wir ja schon mit recht wenig Geld nutzen können. Und alles unter, bitte, alles unter 25.000 Dollar ist in dieser Rendite-Liga wahrlich recht wenig und ist auch deshalb eine Chance für viele in diese professionelle Investment-Welt der Wertschöpfungsketten einzusteigen. Und gleich vorneweg, wer dieses Investment nutzen will, weil er jetzt von mir davon gehört hat, der benötigt einen Vermittler, der ihm das Ding erklärt, einordnet, auch in sein Portfolio und in seine Persönlichkeit. Daher nicht im Internet gucken und falls man einen richtigen Emittenten erwischt, drauf losinvestieren, nur wenn meine Ausführungen irgendwie gut klingen. Denn dieser direkt kontaktierte Emittent, was macht der? Der verweist dann auch nur auf den nächstbesten Vermittler, der ihm halt vor die Flinte kommt, weil der nun mal nötig ist nach aktueller Gesetzeslage. Wendet euch also an die Quelle der Information, also an uns und lasst euch nicht irgendwen vorsetzen, zu dem ihr keinerlei Bezug habt. Naja, und auch nur mit einem einzigen Investment in die Wohlstandsbildner Welt hineinzuschnuppern, das bringt ohnehin viel mehr Vorteile, die weit über das Investment allein hinausgeht. Beispiel folgleich dazu. Also ein paar Fakten, was diese Perle unter den Investitionen zu einer Perle macht und warum Großbritannien in den Fokus finanzieller Bildung gehört. Das Vereinigte Königreich ist die noch immer sechstgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 2,48 Billionen Dollar. Und das trotz Brexit eine der schlimmsten schwarzen Schwänen in den letzten zehn Jahren. Ich gebe der EU übrigens eine große Mitschuld am Brexit, denn sie hat ja ihr drittstärkstes Mitglied nahezu kampflos ziehen lassen. Dabei hätte sie völlig legale Einflussmethoden nutzen können, um den Briten schon auch in Erinnerung zu rufen, wonach sich diese jetzt zu sehnen, nämlich die Vorteile des EU-Verbundes. Naja und jetzt sind alle frustriert. Immerhin hat der Brexit Großbritannien das beigebracht, was Deutschland seit Jahrzehnten fehlt. Schnelligkeit und Flexibilität. Unternehmen zum Beispiel können jetzt innerhalb von nur 13 Tagen gegründet werden, was UK plötzlich zu einem der dereguliertesten und dynamischsten Wirtschaftsstandorte der Welt macht. Ein kurioses Beispiel für die neue Flexibilität der britischen Wirtschaftspolitik, das war während der Pandemie die schnelle Ansiedlung von Klopapierfabriken im eigenen Land. Man klassifizierte sie einfach schlau als kritische Infrastruktur, um Versorgungsengpässe zu vermeiden und schon ging es rasend schnell voran. Und diese Agilität hat allerdings ihren Preis. Und das ist gut für uns Investoren. Das ist gut für alle Investoren. Die Mietpreise steigen stetig, wenn Unternehmen gezwungen sind, Niederlassungen auf der Insel zu gründen, um vom britischen Markt profitieren zu können. Zollverfahren, die Wochen dauern können, sind eine riesige, ja auch oft unüberwindbare Belastung. Also lieber gleich vor Ort ansiedeln. In dem Zusammenhang müssen die Leute natürlich auch mehr Geld verdienen über Zweitrunden, Lohn, Ausgleichs, Inflationseffekte, damit wiederum die Mieten bezahlt werden können. Aber das stärkt eine Volkswirtschaft. Noch dazu kommt das britische Pfund als drittwichtigste Währungsreserve der Welt, gleich nach dem US-Dollar und dem Euro. Für eine stabile und für eine attraktive Währungsallokation, wie man das so schön aufkünstelt sagt, da ist das Pfund im eigenen Portfolio also absolut naheliegend. Und wie einfach schnell und günstig man in das britische Pfund konvertieren kann, ja das haben Wohlstandsbildner erst kürzlich in einem exklusiven Webinar kennenlernen dürfen, in dem uns der Chef einer außergewöhnlich anwenderfreundlichen, ja und vor allem günstigen Konvertierungsplattform alles vorgestellt hat. Im Webinar selbst haben wir dann auch einen Währungswechseltest eingestellt. Im Vergleich mit der bisherigen Bankplattform, die Wohlstandsbildner genutzt haben, ja und danach war klar, bis zu mehreren tausend Euro an Gebühren- und Währungsspread vermeiden zu können, das macht gerade bei Größen und Investments richtig Freude. Das als ein Beispiel unter dem Stichwort viel mehr Vorteile als nur dieses Investment allein. Ich zitiere mal, was genau dazu eine gestandene, international erfahrene Wohlstandsbildnerin nach dem Webinar geschrieben hat, das hat mich wirklich gefreut. Hi Andreas, ich habe vorhin die E-Mail von Wobi gelesen und bin begeistert. Ich muss nämlich auch für mein laufendes Geschäft regelmäßig japanische Yen zu Euro oder für die Steuer in tschechische Kronen wechseln und ich war tatsächlich auch kürzlich auf der Suche nach günstigen Alternativen zu unserer bisherigen Wahl. Echt interessant. Das ist Frequenz. Vielen Dank für die Empfehlung. Zurück zu unserem Club Deal und zu seiner Entstehung damals. Eine große Pensionskasse verkaufte ihre Logistiksparte nahezu komplett, weil sie im Portfolio etwas zu dominant geworden war und weil die britischen Logistikprojekte saniert werden mussten. Ja und das lag außerhalb der Kompetenz des damaligen Investors. Nun, dann verkauft man eben, was noch gut ging, als die Zinsen niedrig lagen. Aber das verdeutlicht diese dynamische Natur, die der Logistik ja schon an sich eigen ist. Wenn Anpassungen notwendig sind, um effizient zu bleiben, dann gehen auch viele Millionen recht schnell über den Tisch. Und worin investieren wir da jetzt genau? Wir finanzieren energetische Sanierungen. Sowas wie Dämmung, Photovoltaikanlagen oder effizientere Klimaanlagen. Und das findet ja bis heute auch das Wohlgefallen von den kritischsten unter den Wohlstandsbildnern. Nämlich den Wohlfühlern, die ihr Geld ethisch beanstandungsfrei arbeiten lassen wollen. Oh, apropos Geld arbeiten lassen. Der Autor einer regelmäßig erscheinenden Pesche zu aktuellen Themen, der meinte kürzlich, dass er es nicht mehr hören könne, dass man Geld überhaupt arbeiten lassen kann. Denn das hieße ja nur, dass man selbst die Hände in den Schoß legt und mit seinem Geld andere schuften lassen würde, fast wie moderne Sklaven und dabei doch selbst den ganzen Profit kassiert. Wahre, ehrliche Rendite und Wertschöpfung kann nur durch der eigenen Hände Arbeit generiert werden. Nun, ihr werte Podcast-Genießer ahnt sicher, dass da erstens ein großes Thema lauert, mit zweitens großen Glaubenssätzen, an die man offensichtlich schnell aneinander geraten kann. Ihr könnt ja mal selbst darüber nachdenken. Kann man Geld arbeiten lassen? Und wenn ja, ist es okay, wenn ich durch mein Kapital andere arbeiten lasse? Ich will da gar kein zu großes Fass jetzt aufmachen. Es geht schließlich um den Klappdeal. Aber diese Pesche liegt noch auf meinem Couchtisch und ist mir gerade eingefallen. Und solchen Einfallen, den folge ich gern, weil sie meiner Meinung nach nicht umsonst oder zufällig vom Himmel herunterfallen. Also, mein Statement dazu. Wenn Kapital investiert wird, um ausschließlich mehr Kapital herauszuholen, herauszupressen, ohne dass Wertschöpfungsketten oder Unternehmen etwas davon haben, wie etwa im Massengeschäft der Börse oder im Währungshandel, ja dann sage ich, hier arbeitet Geld nicht. Hier spekuliert Geld nur. Und in der Folge davon sind einzelne Menschen oder sogar ganze Völker und Kontinente die dumm, die indirekt für die Spekulationsgewinne büßen müssen, wie es beim Rohstoffhandel nachgewiesenermaßen der Fall ist. Nun kann ich aber auch mein Kapital einsetzen, um tatsächlich Dinge, Dienstleistungen und Lösungen zu finanzieren. Hier ist jetzt die Frage, ob diese Wertschöpfungen zulasten derer entstehen, die sie mit ihren Händen und Köpfen in die Welt tragen. Etwa, weil die Arbeiter einen Hungerlohn kriegen und nicht als Investor den Löwenanteil des Gewinns. Ja, das kann dann Ausbeutung und moderner Sklavenhandel sein. Es gilt also, alle an einer Wertschöpfungskette Beteiligten auf faire, auf angemessene Weise am Gewinn teilhaben zu lassen. Sodass es jedem damit gut geht, bis hin zum Staat, der seine Steuern bekommt. Und das kann man doch organisieren. Das kann man organisieren als Emittent. Dass ehrliche Renditen als nur mit meinen eigenen Händen erschaffen werden könnten, erscheint mir völlig aus der Zeit gefallen. In einer zutiefst vernetzten Welt, mit Millionen von Spezialisten in allen Lebensbereichen. Das passt vielleicht noch zu den Mormonen, von mir aus. Warum soll ich keinen Spezialisten die Möglichkeit geben, zu expandieren oder Auftragsbücher abzuarbeiten, wenn der nach getaner Arbeit einen Preis verlangt, den erstens der Käufer bereit ist zu bezahlen, durch den zweitens der Spezialist für sich eine ordentliche Gewinnmarge einbehalten kann und ich drittens als Kapitalgeber, ja und auch als Träger eines gewissen Risikos, einen Teil dieser Marge abbekomme, die klein sein mag, aber die durch Skalierungszeit und Wiederanlageeffekte auch zu einer stattlichen Rendite anwachsen kann. Der De-Passion-Schreiber schmeißt jedenfalls alle Investoren in einen Topf. Er verkennt für mich diese expandierende Kraft des Geldes in einer globalisierten Welt. Wenn jeder doch nur die eigene Scholle bearbeitet, dann gibt es keine länderübergreifenden Projekte mehr. Projekte, die doch immer nur eins wollen. Lösungen. Lösungen für immer größere Probleme in einer immer komplizierteren Welt. Und diese Welt mit diesem Problem kann auf Investorengeld schon lange nicht mehr verzichten. Ich finde also, mit meinem Geld kann ich ganz wunderbar andere arbeiten lassen. Wertschöpfendes Geld hat immer auch Anteile von Arbeitgeberqualität. Darf ich das nochmal wiederholen? Wertschöpfendes Geld hat immer auch Anteile von Arbeitgeberqualität. Was zählt ist, genau hinzuschauen, dass alle in ihrem Sinne von der gemeinsam geschaffenen und gemeinsam betreuten Wertschöpfungskette profitieren. Ob es nur ein Infrastrukturprojekt ist, eine Entwicklungsimmobilie oder ein Agrikulturinvestment. Und so sollen auch die Investoren des Clubdeals profitieren, die viele Millionen Dollar eingesetzt haben mit einer weitgehend planbaren, schönen Rendite durch laufenden Cashflow aus Mieteinnahmen oder durch Wertsteigerung und durch Verkaufsgewinne. Und dass sowas auch in einem schwierigen Zinsumfeld möglich ist, könnte ein Verkauf zeigen mit angestrebten 50% Gewinn auf das eingesatzte Kapital nach vier Jahren Laufzeit. Mit diesen schönen Aussichten hören wir uns wieder im Juni-Podcast, der gleich am Samstag, dem 1. Juni, erscheinen wird. Darin geht es unter anderem um ein Sicherheitskriterium, das entscheidend sein kann für die Absicherung des eigenen Geldes. Umso erstaunlicher, dass es kaum jemand nutzt. Es grüßt dich ganz herzlich, Andreas, dein Wohlstandsbildner. Denn Wohlstand ist nicht nur eine Frage des Kontostands, sondern auch des Kontrastreichtums für das gesamte Leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!